hallo und herzlich willkommen leute mein name ist kuschel und in diesem video möchte ich euch zeigen wo er den geheimen battle pass stern bekommt und zwar geht es um den von season 5 woche 2 als erstes müsst ihr natürlich alle herausforderungen dieser woche machen dafür habe ich bereits ein video hochgeladen wenn er dafür hilfe braucht wie immer wenn ihr mich unterstützen lasst auf jeden fall ein abo da und macht einmal eure benachrichtigungen an wenn ihr also alle herausforderungen der woche 2 aus season 5 gemacht habt dann könnt ihr einfach hierher gehen wo ich jetzt markiere und zwar müsst ihr nach lazy links gehen denn dort könnt ihr dann den geheimen battle pass stern einsammeln ich springt einfach bei lazy links beziehungsweise könnt natürlich auch unter dem match einfach dort hingehen und zwar hinten auf der villa der menschen auf dem höchsten dach ganz oben ist dieser battle pass stern also landet dort einfach zum beispiel oder ihr könnt euch natürlich auch einfach hoch bauen und geht einfach ganz nach oben hin und dort oben ist eben der battle pass stern einfach fx oder viereck dran drücken ihr sammelt ihn ein und ihr seht dann auch links an der seite wird euch angezeigt dass ihr den geheimen battle pass stern eingesammelt habt ja soviel dazu wie gesagt ihr müsst aber davor alle season 5 woche 2 herausforderungen gemacht haben sonst könnt ihr den nicht einsammeln ich hoffe das video hat euch geholfen dankeschön wie immer fürs gucken meiner videos und wir sehen uns hoffentlich im nächsten video oder im nächsten live stream